Die Segeljacht Sparkooker ist ein klassisches Schiff, in robuster Bauweise gebaut, wie es früher üblich war, mit viel Ballast, so dass man diesem Schiff auch nachsagen kann, dass es extremen Wetterbedingungen standhält und eben auch bei viel Wind sicher durch die Wellen stammt. Es ist alles aufgeräumt an Deck, es sieht alles sehr sauber aus. Wir haben hier ein großes Cockpit zur Verfügung. Der Schiff ist mit einer Reling ausgestattet, selbst holenden Winschen, nein, ich muss mich korrigieren, normalen Winschen, und hat drinnen eine Teakholz-Ausstattung. Drinnen sieht alles sauber und ordentlich aus, es sind keine Kratzer und Schrammen im Holz drin, die Polster sind in gutem Zustand. Wir haben hier noch eine Vorschiffskurie und Schränke mit Schubladen. Und hier unter dem Niedergang ist der Einbaudiesel verbaut. Alles in allem ist es ein ordentliches Schiff, es ist auf einem günstigen Preisniveau und wer hier mit auf See gehen will und sicher segeln will, ist mit diesem Schiff gut bedient.